Hallöchen meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge V-Rising. Ich habe gerade mal so rum geguckt. Wir könnten uns ja schon zwei Ketten machen, die wir mit den Schriftrollen freigeschalten haben. Allerdings finde ich die in keinem Tisch. Weiß nicht, wo ich die herstellen kann. Leandra gibt uns den Juweliertisch. Eventuell kann man den hier drinnen dann machen, diese beiden Ketten. Ich muss jetzt nur hier reingehen. Ich habe die jetzt zum Verfolgen an den Tisch und jetzt ist natürlich Tag. Hier ist unser Winston fertig. Das war unser Zweiter. Er sieht creepy aus. Was bist denn du? Du bist noch gar nichts. Leandra. Ich bin mir nicht sicher, ist der noch weg oder ist er schon wieder in Stückchen da? Der ist noch auf der Jagd. Ich weiß nicht, wenn der stirbt oder wenn das nicht geschafft wird. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich noch diese Zeit weg ist und dann heißt es halt nach zwei Stunden einfach, ja, der hat es halt nicht geschafft. Oder ob er dann früher zurückkommt. Das weiß ich nicht. Ich ziehe dem zweiten da jetzt halt einfach diese Rüstung an, die ich da habe. Ich habe meinen Mantel übrigens getauscht. Äh, warte. Ich habe jetzt so einen, ich habe keine Ahnung, Fetzen-Dingsbums da an. Den konnte ich machen und die geben ja eh, ich weiß gar nicht, geben die irgendwelche Werte? Der hat nur, ja, maximale Gesundheit ist ein bisschen höher, glaube ich, so wie ich das sehe. Sonnenwiderstand ist gleich. Knoblauchwiderstand und Silberwiderstand habe ich noch ein bisschen mit drauf. Das sieht noch ein bisschen zerflattert aus, aber ist okay. Das ist okay. Oh, es ist eine ganz andere Spielweise, wenn du so nah bist. Das sieht cool aus und dieser rote Dunst. Was wollte ich jetzt tun? Ach ja, ich wollte gucken. Ich wollte dem noch irgendwas mitgeben. Wollen wir dem ein Speer mitgeben? Eisenbahn und ein Brett. Wir müssen dem nämlich irgendwie... Eisenbahn? Eisenbahn? Wir müssen dem irgendeine Waffe mitgeben. Ähm, Brett da. Alles, was mit Holz zu tun hat, habe ich da. So. Dann bekommt der das. Cool wärs, wenn die die Diener auch die Rüstung tragen würden, die man denen gibt. Das wäre auch noch cool. So, pass auf. Vielleicht ist bis dahin wieder... Naja, jetzt einmal Mittag. Nein, ach Mann. Es ist so anstrengend. Ich habe vergessen. Ja, okay, dann haben wir jetzt ja gleich kein Reh mehr. Ich habe vergessen, hier zuzumachen. Und das Reh... Es hat Selbstmord begangen. I'm so sorry. Es hat Selbstmord... Boah, kannst du jetzt aufhören, dieses Reh zu... Ich glaub's nicht. Unglaublich! Ich mach' hier gleich Türen rein, ganz ehrlich. Kann ich dir das anziehen? Nee, dir kann ich das noch anziehen. Ich ruf' dir nicht so lange, bis das Reh wieder raus ist. Ist es raus? Meine Güle! Du Selbstmordreeh! Hör auf damit! Ach, ich wollte... Ach, jetzt hat mich das Reh ganz durcheinander gebracht. Ich wollte jetzt gucken, ob ich den zu irgendwas Kleinem hinschicken kann. So, warte mal. Ich mein, das da unten brauchen wir fast nimmer, würde ich jetzt sagen. Also, das Gebiet hier unten. Sind eigentlich nur die Gebiete markiert, zu denen man hingehen kann? Oder zu denen man aufgrund der Rüstungsstufe hingehen wollte? Das ist ja dieses Endorf. Also, das war eigentlich... Da war ich auch schon mal drin. Das war eigentlich ziemlich leicht. Auch schon damals, ne? Die Baumwollfarm ist eigentlich auch okay. Dorf Mosvik ist jetzt bei mir gleich hier gegenüber. Und hier ist das Kloster. Ich würde den mal hier hinschicken. Kann ich den hier hinschicken? Rolfre ist zugewiesen. 300 Ei. Mal gucken. Wir lassen ihn mal die Jagd beginnen. Und dann gucken wir mal. Darf ich mal kurz? Noch ist er auf der Jagd. Ich bin gespannt. Und jetzt gucke ich mal. Wo ist denn Leandra? Mal gucken, was die wieder für ein Move drauf hat. und es wird gerade Nacht. Das ist sehr perfekt. Leandra. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo muss ich denn hin? Hallo? Da rinnt er. Mhm, 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 mhm. Ich hätte auch hinten rum gekonnt, ne? Hi. Bitte nicht. Oh, oh, hier läuft doch Ding entlang, oder? Oh Gott. Ja, ja, ich weiß schon. Ich muss, glaube ich, gerade mal... Lass mich hier kurz mal durch. Hier läuft Jade entlang. Äh, darf ich bitte kurz mal hier so entlanglaufen? Mhm. Guck. Da ist sie schon. Oh, hier laufen ja überall Leute. Und keine Hunderter. So viele und keine Hunderter. Läuft Leandra eigentlich auch so rum einfach? Wahrscheinlich laufe ich gleich äh, bin sie rein. Ich weiß nicht. Leandra ist hier? Warte mal. Oh Gott, ich bin hier. Ach du. Und wo bin ich hier? Vor einem Fels. Eingang. Muss man das dann aufsprengen irgendwie? Ja, aber die... Hä? Mit dem Bär geht das ja nicht, oder? Ich mach zwar Schaden, aber... Nee, damit baue ich nur das da ab. Hm. Ich hoffe, das ist nicht hier oben, weil da wüsste ich nicht, wie man hinkommt. Läuft einfach mal rum. in der Hoffnung, dass sie hier irgendwo ist. Aber ich wüsste echt nicht, wo sie sein sollte. Ah. Oh, hier ist ein 40er. Müsste an denen vorbei. Hi. Da kommt jetzt irgendwie Jade vorbei. Die kommen noch immer, wenn man Sinne gebrauchen kann. Die ist gefühlt überall. Ich denke, manchmal die spawnen um den Charakter rum. War das da, wo ich zuerst... Ja. Da war ich doch zuerst, ne? Wow. Jetzt hat's gerade geruckelt, aber die ist hier nicht... Nee, hier oben ist sie nicht. Da muss ich wahrscheinlich... Ist hier noch weiter hinten? Bis ich da bin, ist wieder Tag. Plop. Okay. Warte mal, wo bin ich denn? Ich muss... Hier komme ich... Hier vorne ist ein Weg. Ich glaube, ich muss hier rüber, ne? Ich glaube, ich muss hier rüber. Ups. Abyssella geruckelt. Bin ich jetzt immer noch in der Richtung? Darüber muss ich dann. Ich möchte jetzt das nicht wirklich machen. Gepanzerte Skelett. Oh! Ich kenne den nicht. Ich habe zwar eine gute Rüstung und so weiter, aber ich kenne den nicht. Ich möchte den jetzt ungerne machen. Den kann ich mal machen, wenn ich gerade irgendwie so einen Stärketrank drin habe. Wo ist denn die? Ach du... Okay. Äh, haust du gerade mit deiner Faust hin? Ist die in der Kirche? Wie heißt die? Ach, sehe ich ja da auch Schatten im Priesterin. Äh. Äh. Nehmen wir das da. Oh nein, das ist wieder der mit so einem... Ach, verdammt. Frage ist, nehme ich jetzt schon mal so einen Trank? Nehme ich jetzt schon mal so einen Trank? Hallo? Ist sie dann da? Ist denn da, wo ich hingucke? Das könnte schon sein, da oben, ne? Okay, pass auf. Ich glaube doch erst mal den Obermenschen wegmachen. Da ist doch auch noch eine. Hi. Ist die schon da? Untot der Kommandant. Äh. I'm not sure. Oh, 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 oh. Der zieht mich ja zu sich. Ich glaube... Ich hänge. Au. Warte kurz. Hör doch auf. Au. Au. Ich komme halt gar nicht dazu, irgendwas zu machen, weil es so viele... Oh. Nee, ich bin den anderen. Au. Ich muss weg. Nein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Au. Au. Oh, my God. Au. 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 Wenn die anderen Skelette noch mit da gewesen wären, hätte ich den auf keinen Fall geschafft. Nee. Nein. 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 Auf keinen Fall. Au. Au. Ich hoffe, der ist natürlich wieder nachgespawned. Die immer mit ihrem... Die immer mit ihrem... Ich habe nicht mehr mit dem... Mein Ding ist bald kaputt. Wie viele sind denn da? Gibt's ja nicht. Warte kurz. Okay, warte mal. Wartest du noch ein bisschen? Ich möchte meine Ulti haben. Muss gerade... Habe ich noch irgendwas? Ne, ne? Was ist das alles? Noch 20 Sekunden. Ich möchte meine Ulti haben. Wir können gerne schon mal... Ich meine, der kommt dann sowieso. Oder auch noch. Kriegt er das nicht mit? Das hat reingehauen. Das war cool. Oh, oh. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso kommt er jetzt schon? Waren das jetzt die, die schon mit zum Boss gehören? Die hatten mich doch noch nicht gesehen, oder? Na toll, jetzt ist Tag. Ähm, du... Okay, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Au. Au. Oh. Oh, nein. What the hell? Okay, next mal. Sieht natürlich echt voll geil aus. Das ist cool. Hallo. Ähm, Entschuldigung. Gott sei Dank kann man den nicht komplett töten, dass man den dann besiegt und dann aus Versehen tötet. Alter, weißt du. Okay. Goldschmuck? Aber die ist nicht in der Nähe von irgendwie was Gutem gestorben. Was ist das? Ihr Stab. Dass halt irgendwie was, ähm... Kaputt geht. Durch ihr... Was machen denn die? Explodieren? Ich kann hier durchlaufen? Okay, so viel gibt's da oben jetzt nicht, ne? Okay, und mein Ring ist jetzt halt auch kaputt. Hier hab ich gar nichts gesehen. Neblige Halskette? Neblige Halskette? Lass den jetzt einfach mal Skelett-Magier sein. Dich lass ich auch mal. Lass... Lass du mich hin, bitte. Ich bin... Kaputt. Ähm, wenn wir schon mal hier rum angucken, kann man ja mal gucken, ob wir irgendeinen Hunder da finden. Wo sind denn hier Dörfer? Mit ne Bastion. Ey, wo geht's denn da hin? Geradeaus. Warte mal, hier ist Quart. Das möchte ich gerne mitnehmen. Leander. Können wir eigentlich schon... ...ins Auge der Dämmerung? Was hat das denn gebraucht? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Sind alle... Au. Hi. Ja, genau. Zünde doch alles an. Hast du recht. Einfach mal alles anzünden. Da mag jemand gerne mit... Der hat sich selber angezündet. Das ist doch schön. Ja. Mag diese... ...mit Feuer spielenden Leute nicht. Bastion. Oh, ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Aber es ist bald Nacht. Hi. Wollt ihr mitkommen? Hier... Hier ist Schatten. Der läuft einfach durch wie... Oh, der war 40. Ich bin schon wieder voll. Ist das dein Ernst? Der war da jetzt gerade. Der war da jetzt gerade. Ich bin gestummt. Und hier brennt jemand. Der Bomben-Ding brennt selber. Hab ich das Gefühl. Äh, die haben sich alle selbst angezündet. Kannst du bitte mal weggehen hier? Äh... Ich würde, glaube ich, den da rausschmeißen. Okay, 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 okay. Was war da noch? Oh, ich brauche jemanden zum Schlürfen. Glöckner. Okay. Okay, okay. Okay. Sieht voll schön aus hier mit den Pferden. Die sind halt alle... Ich will bitte kein Pferd nah, na na na, ich will kein Pferd töten. Vielleicht ist aber auch nicht außen das Pferd. Es wäre cool, wenn es weglaufen würde, teilweise, weil dann könnte ich es wenigstens nicht... Was bist du? 90. So, warte mal, hier geht es wieder ra... Geht es wieder raus? Geht es hier hin? Oh! Oh. Jetzt habe ich das mitgenommen. Was hatte ich jetzt mitgenommen? Tut mir so weh, dass ich diese Blutdinger rausgeschmissen habe. Aber ich glaube, von denen haben wir noch genug. Ihr macht euer eigenes Zeug kaputt. Und die sind halt echt so low alleine. Hat mich jemand gesehen? Hello. Ich will kurz alles zerstören hier. Oh, oh. Ich habe mich gerade an der Nase gejuckt. Dann kommt er hier. Du stellst dich natürlich jetzt genau an ein Feuer. Au. Ich bin nur 49, weil der Dinker... Boah. Nein, ciao. I'm out. Jetzt weiß ich zumindest, wo er ist. Wie auch immer das ist. Also das ist ein Wiebler. Octavian. Ich habe den noch nie gehört. Aber jetzt weiß ich, wo er ist. Der war 58. Ich habe ja so ein Ding kaputt. Das heißt, ich komme nicht mehr... Ich glaube, ein höchstes war 50, ne? Ein höchstes war 50. Ich möchte ja ganz gerne einfach... Einen guten... Einen guten Gefangenen haben. Warte mal kurz. 10, 19. Ein Schafer. Da kann man keine Kreaturen einsperren. 21. Ist das der Schafer, der Foyade entlangläuft? Ich kann nicht mehr farmen. Ich habe keinen... Ich habe doch keinen Slot mehr frei. Dachte, ich finde halt jetzt noch einen. Laufen wir hier unten rum. Hm. Na klar, wir könnten die wegmachen alle. Vielleicht spawnt da niemand Hohes noch, aber... Die geben halt dann wieder Loot, den ich nicht einsammeln kann. 50. Aber 50. Hier war Eisen. Oh, hi. Ne, 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 ne. Der wäre fast runtergefallen. Da vorne waren Felsen. Ich habe es gesehen. Mit Eisen. Aber ich habe eh keinen Platz mehr. Jetzt war, glaube ich, ein Stack mit Eisen. Wir können auch mal in die Mine gehen. Vielleicht machen wir das mal... Da ist jemand drin. Wir müssen die, glaube ich, mal wegmachen. Das sind die von letztes Mal. Wir müssen die eigentlich mal wegmachen. Auch wenn es wehtut, aber... Das ist so schlimm. Ich will die eigentlich nicht wegmachen. Glasflaschen. Da kommen heilige Schaden, oder? Ich kann nichts wegwerfen. Es ist so traurig. Da liegt... Warte mal, die kann ich mitnehmen. Hier liegen... Leere Glasflaschen. Wie viele sind denn das? Fünf. Die können wir herstellen, oder? Wer bist du? Und 30. Oh Gott, hast du mich jetzt erschrocken. 25, 21, 17. Nein. Lauf ich richtig? Ja. Jetzt kommen bestimmt gleich Jade. Jade, Jade. Man kann ja auch Wieblatt, so wie ich das verstanden habe, mitnehmen. Allerdings möchte ich das nicht. Also jetzt noch nicht. 41, 21. Nein. Wie war das? Wir könnten Wieblatt... Ich kann nicht ausweichen. Warten Sie einen kurzen Moment. Meinst du, wir sollten nochmal gegen Winzeln? Aber wir sind jetzt ein Level Niedriger. Ich meine... Wenn es nichts wird, können wir ja immer noch weglaufen, ne? Oh Gott, es tut mir so leid. Kann ich eigentlich, wenn ich... Warte mal kurz. Wenn ich in dem Modus bin, kann ich dann trotzdem nochmal angreifen? Ne, ich hab... Ich hab die anderen Skills nicht. R und C hab ich nicht. Am Tag ist das nicht super in dir. Oh, People. Dürfen wir kurz mal... Sobald ich Jade höre, ne? Sagst du ja sobald... Hey, jetzt war es voll fies. Au. Lass mich weg. Das ist zwar cool, wenn du mir in solchen Zeiten... Ähm... Was spendieren willst. Was ein bisschen... Warte kurz. Warte. Geht noch, oder? Oder sie haben es rausgeplätscht. Irgendjemand meinte, es würde gehen. Aber er... Aber er... Ich glaube... Solo ist es... Bei dem da zumindest total schwer, weil... Du musst den... Du musst den ja... Versuchen, wenn er sich gerade nicht angreift. Nee, ich glaube, das geht nicht weiter. Nee, ich glaube, das geht nicht weiter, ne? Dann töten wir ihn halt nochmal. Beziehungsweise... Ich meine, jetzt wird es ja eh nicht mehr gehen, glaube ich, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob das nur bei manchen geht oder ob sie das rausgenommen haben. Ich weiß nicht, dass es Magie... Aber vielleicht ging es bei ihm einfach jetzt nicht. Vincent, du hast meinen Schatten weggemacht. Was soll das? Äh... Warum macht er so komische... Was war das jetzt? Hat so komisch geruppelt. Also wie so ein Zoom. Habt ihr das jetzt auch gesehen oder waren das meine Augen? Gibt es da irgendwas Gutes? Nee. Was muss ich gucken? Hallo, Ratte. Oh. Liegt denn hier? Säge, Holzkopf, Erz. Geh einfach mal mit E drüber. Nee, das glaube ich. Nichts, was ich mitnehmen kann. Da ist, glaube ich, nichts, was ich mitnehmen könnte. Aber ja, der müsste noch hier irgendwo kommen. Da müssen wir aufpassen. Die kriegen wir nicht. Die ist 62. Warte mal kurz. Den Bogen und dann kann ich hier hochlaufen, ne? Ich würde halt wirklich mal gerne... Hatte ich schon mal in diesem Let's Play... ...nen Hunderter? Also Xen überhaupt? Weiß es gar nicht mehr. Und dann müssten wir wirklich mal Leute wegmachen, damit neue nachspawnen, ne? Ich bin falsch gelaufen, oder? Natürlich bin ich falsch gelaufen. Wir müssen hier hoch. Oder? Ich muss auch über die Brücke. Geht nach vor. Ich komme gleich. Welche Richtung gehen die? Ja, das passt. Ich muss die andere. Bin ich schon weit genug weg? Warte. Die sind alle... Warte mal kurz. War da gerade ein Schwein? 42. Wird schon besser. Das ist nicht gut. Nee. Hm. Ja, alles gut. Ich bin weg. Ich bin weg. Alles ist okay. Ich bin weg. So. Verwandle dich mal. Müssten wir ausleeren. Wir könnten natürlich... Hm. Warte kurz. Haben wir schon wieder eine Halskette. Das da hatten wir dann schon, oder? Amethystenanhänger. Mal mal. Das ergibt Schriftrollen. Jetzt, wo ich daheim bin... Ist natürlich. Ich hab dran gedacht. Ich bin stolz auf mich. Ich hab dran gedacht. Zwingend erfassen. Das ist sehr wichtig. Muss alles zwingend erfasst werden. Warte. Piu, piu. Aber... Da müssen wir auch das da mit reinlegen. Und... Wo lege ich? Die macht man in dem Ding, ne? Warte, 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 warte. Da kommt das andere Ding hin. Ich hab schon ein bisschen Tuch rausgenommen. Wir haben... Jetzt hat 34 Tuch... Die hab ich schon mal durchlaufen lassen. Wie viel haben wir hier jetzt noch? Äh, Tuch. Ähm... Äh, Teppichrolle, meine ich. Hier haben wir Teppichrolle noch ein bisschen. Ich mach jetzt halt alles Tuch, was wir haben, erstmal zur Teppichrolle. Das sagten wir fast alles. Äh... Wo hab ich das hier reingeschmissen eigentlich? Nee, machen wir alles. Bis auf eine, weil die... Die ist über. Also nicht ganz. Hier sind 64 drin, aber... Oh, warte. Äh... Den hatte ich dabei. Den hätte ich wegschmeißen können. Haben wir hier eigentlich was drin? Ich glaub, hier hatte ich nix rein. Ne. Na, einfach nur Dekoschränke. Haben nicht wirklich ne Funktion. Besser macht man doch hier auch, ne? Ist aber ganz so teuer. Ich weiß, dass man denen... Dass es ne Chance gibt, dass man denen aus diesen Ghoulen oder wie die auch heißen... Oder diese Skelette im Priester oder irgendeine Art, wo man mit denen, ähm... Äh... Vom Grab rufen kann. Gnadenlose Eisenarmbrust. Notlaufwiderstandsstand. Oh Gott, so viel. Äh, das war... Äh, das da hier Sortiment von farbigen Fenstern. Das war so... Oh. Oh. Wir haben Sortiment von Lagerstreng. Wann haben wir denn das da? Okay, pass auf. Nächstes Mal machen wir das, was wir hier freigeschalten haben. Okay? Und wir müssen unbedingt noch gucken gerade... Machen wir das in der nächsten Folge? Wie spät haben wir denn? 45 Minuten? Ja. 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 In der nächsten Folge machen wir... Bleiben wir mal hier im Schloss. Und unsere Diener kommen ja dann auch, glaube ich, zurück. Oder könnten zurückkommen. Ähm. Wir gucken... Ich meine, den haben wir ja schon gebaut. Was wir hier so bauen können von den Sachen, die wir hier oben freigeschalten haben. Wir bauen die da auf jeden Fall. Da haben wir ja noch unsere normale. Ähm. Und dann gucken wir, was von denen dreien gut ist. Oder halt für uns jetzt so passt am besten. Dann machen wir das. Äh. Da dazu müssen wir, glaube ich, den Juweliertisch aufbauen. Das machen wir auch. Dafür haben wir ja heute Leandra gemacht. Und das können wir auch dann, wenn wir es machen können. Um 50 für 1200 Sekunden. Ach. Guck an. Sehr geil. Der Buff, der ist schon fies. Ja, und halt unseren Ring, aber der... Beziehungsweise halt die Kette, aber die wird ja dann von denen da ersetzt. Das ist ja nicht so tragisch. Vielleicht müssen wir mal unser... Ne, müssen wir eigentlich noch nicht wirklich reparieren. Ist noch okay. Ist okay. Okay. Dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich gucke mal, ob er schon zerschuttet wiederkam. Zuerst schauen wir mal ihn an. Er ist noch auf der Jagd. Er ist noch auf der Jagd. 45 Minuten. Doch, das könnte in der nächsten Folge passieren. Wenn ich noch ein bisschen warte kurz. Und dann die Folge anmache. Dann haben wir es in der nächsten Folge mit drin. Wenn ich es nicht vergesse. Aber nun. Ähm. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann in der nächsten Folge wieder. Mit den Sachen, die ich eben gerade gesagt habe. Und dann dekorieren wir ein bisschen. Bauen wir auf. Machen Rüstungen besser und so weiter. Und. Dann. Vermutlich. An den nächsten Boss. Ich weiß gerade nicht, wer es ist. Ich. Glaube aber. Es wäre bald. Die in der Mine auch dran. Nun gut. Vielen lieben Dank Leute. Noch einmal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs. Mein Controller ist gerade runtergefallen. Moment. Aua. Vielen Dank fürs Liken und fürs Kommentieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020